Ja, wende von hier auf. Wo? Echt? Ja, das prob suche ich ja die ganze Zeit, das geht nicht. Ähm, ich bin im Wasser gelandet, bin übrigens gestorben und bin beim Checkpoint. So, hat's geklappt. Ich wollte es mal ausprobieren. Ja, natürlich. So, und jetzt? Och, ja, wir sind dumm. Was denn? Wir sind richtig dumm. Was? Wie ein Stück Brot, guck mal. Da. Ja, aber da hab ich's auch noch nicht ran geschafft. Was? Ich? Probier du es mal. Nee. Das ist nämlich auch zu hoch. Und was mit dem Schleim funktioniert nicht. Okay. Oh, hier müssen wir sogar denken. Oh mein Gott, warum? Äh. Warum hast du die Map ausgesucht, hä? 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 Was ist da? Mist. Vielleicht muss man Sprung, 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 Schleim, Sprung, Sprung. Ja, aber das mit dem Schleim funktioniert ja irgendwie nicht. Nee, nee, dass man voll im Sprungwahn ist und mit diesem Sprungwahn auf den Schleim rauf. Ich hasse diese Dinger hier. Irgendwie komme ich nicht weiter. Das war fast. So diese komischen Dinger hier. Das war eigentlich schon fast gut. Nee. Zum Glück hab ich ihm in den Titel geschrieben, Fail mit Björns und Snow. Na dann. Ich glaub, man muss das in einem Zug machen, kann das sein? Und dann auf den grünen Blob auch und dann hat man einen übersprung. Glaub ich. Naja, passt. Da kriegt man Aggressionen. Mist. Wie habt ihr, wie seid ihr ja nicht bei diesen komischen lila Dingern weitergekommen? Dreh dich um 90 Grad nach. Ach ja, ich hab's. Nee. Oh. Hi, Fuchs. Wenn Chris das jetzt macht, ich krieg Aggression. Klappt doch nichts. Aua. Mann. Ja, als ob. Was? Da ein doper Stein im Weg war. Mist. Mit diesem grünen Blumen nicht. Oh, ist das wieder Doktor, Fuchs? Als ob. Chris. Der hat es einfach gemacht. Der hat mich der Fuchs rübergeschlagen hier. Ja, weil es einfach unfass. Wie hast du es gemacht, verdammt? Gesprungen. Als ob. Guck dir genau zu. Wie hüppst du denn so hoch? Ich verstehe das nicht. Also brauchst du mir doch nicht im Anlauf oder wie? Doch. Mach Anlauf und dann gucke ich, dass ich direkt auf diesen grünen Blubbel treffe. Mit Anlauf von hier drüben den Ansprung nehmen oder wie? Hüpp, 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 hüpp. 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 Hochgesprungen bin ich zwar, aber, äh, falsch gelenkt. Das läuft. Nicht. Hm. Hüpp. Hüpp. Als ob Chris, wie machst du das? Ja! Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Ich habe es geschafft und ich bin geil. Nein. 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 Nein! Ja! Ich muss auf das grüne Ding springen und dann. Also, Snow, ich bin hier rauf. Hier, so, so, und denn so, und dann muss ich das Ding nur noch treffen. Und das alles mit einem Sprung. Wow. Der Schaden bekommt man mit dem Schotzen da oben gelandet und dann bin ich runtergefallen. Und man muss vielleicht... Ich bin noch nicht ein einziges da oben gelandet, ey. Hm. Hammer. Wenn man sich das ausgedacht hat, ja. Der kriegt Aggression von mir. Me finished at me nien man ich war so ein stolzer fuchs und dann klappt nur jetzt habe ich den draus ja okay Ich glaube, wir dürfen da erst weiter, wenn es nur durch ist. Ja. Bist. Also wenn man auf diesen, also wenn man den Anschwung nimmt und auf diesen grünen Ding auch irgendwie schafft, draufzuspringen, dann springt man von alleine da hoch. Blup. Hi. Ich zeig's dir gleich, Snow. Ja, wenn du durch bist. Nee, nee, du musst versuchen. Also wenn du das grüne Ding erwischst, dann springst du von alleine da hoch. Wenn sie es erwischt. Und dann musst du nach vorne drücken, wenn du draufgesprungen bist. Und das ist das Problem. Dieses auf das grüne Ding draufspringen. Nö. Wenn mir jemand sagt, dass ich da nicht mehr springen drücken muss, dann hätte mir das schon geholfen. Okay. Jetzt macht sie's. Als ob das echt so easy ist. Warum sagt mir das denn keiner? Siehste, wenn man's drauf hat, hat man's drauf. Oh, ich war in dir drin. Oh. Nix gesehen. Aber ich bin zu schnell. Ich bin glücklich. Anstatt mir zu sagen, dass ich da nicht mehr springen drücken muss. Ah. Jetzt sind wir schuld. Ja, natürlich seid ihr schuld. Das war zu wenig Speed. Speed, speed, speed. Du, du, du. Mann. Das war zu wenig Speed. Aua, das war auch zu wenig Speed. Ich fass es nicht. Wie hat's geschafft? So ein Penner. Oh Gott, nein. Ernst? Es geht ja oben weiter, übrigens. Er ist runtergesprungen. Du musst nochmal auf den grünen Blubbel drauf, übrigens. Nochmal. Als ob. Ja, das weiß ich. Das hab ich gesehen. I did it. Oops, I did it again. Oh nein, es sind Ecksprünge, glaube ich, hier. Ach, ich hasse Ecksprünge. Sie hat's geschafft. Noch schlimmer als... Äh, äh, äh. Muss ich doch überhin? Da leuchtet Licht. Das geht so nicht. So, und was jetzt? Ich weiß.